Es folgt eine Werbesendung aus dem Hause OrgaTV Smart Shopping. Kennen Sie das auch? Sie sind am Kochen, aber es schmeckt alles viel zu fade und Sie benötigen die richtige Würze? Es geht mal alles wieder viel zu langsam. Wissenschaftliche Studien belegen, dass 73% der Zeit in der Küche mit Würzen verbracht wird. Das muss nicht sein. OrgaTV Smart Shopping hat die Lösung. Der Zagi Allround-Würzspender 3000. Zagi 3000 ist die Lösung für jeden Haushalt. Zagi 3000 ermöglicht die perfekte Würzdosierung durch seinen praktischen 360-Grad-Allwinkel-Zapfhahn. Zagi 3000 eignet sich zum Würzen Ihres morgendlichen Tees oder Kaffees, sowie zu Gebäck, zur Brotzeit mit Wurst, Käse oder Marmelade. Bestellen Sie jetzt zum einmaligen Vorteilspreis von 319 Euro. Außerdem können Sie Ihre im Haus vorrätigen Süßigkeiten und Knabbereien mit Zagi 3000 verfeinern. Aber auch zu frischem Obst ermöglicht Zagi 3000 die nötige Würze. Auch die tierischen Familienmitglieder kommen nicht zu kurz. Zagi macht ihren Vierbeiner fit und vital. Auch Blumengießen ist damit ein reines Vergnügen. Bestellen Sie jetzt zum einmaligen Vorteilspreis von 319 Euro. Zagi 3000 ist die Lösung für jeden Haushalt. Bestellen Sie jetzt zum einmaligen Vorteilspreis von 319 Euro. Und wenn Sie in den nächsten 5 Minuten bestellen, bekommen Sie einen gratis Zagi Gewürzspender 3000 extra. 219 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020